ach guck mal die gelbe hier im baum keine ahnung das ist die tun ja unter wasser ne das ist die grüne anaconda glaube ich und die gelbe ist da oben guck mal da ist action das scheint die grüne anaconda zu sein das ist ein fettes Teil also hinten ist immer richtig gesicht der Typ ja ja schmal schmal